So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gerade chill mit Ramses gestreamt, jetzt Feierabend gemacht. Es ist nach 0 Uhr, ich kann wieder einen Spezialtausch machen und ich bin Glücksfreund mit mir selber, beziehungsweise mit Pupsis kleinen Account. Deswegen möchte ich jetzt mal was Besonderes tauschen. Wenn wir nämlich hier reingehen, sehen wir Mäusekinn hat eine Trade-Anfrage geschickt. Jetzt muss ich hier drüben mal auswählen, was ich mir rüberschicken möchte. Das wird jetzt nicht überraschend sein, weil eigentlich steht es ja im Titel. Und muss was dafür abgeben und wir geben ab ein, was ist sinnlos, was braucht man nicht. Wir geben einfach ein, obwohl warte, da kann man es anders machen. Ich gebe einfach mal ein Dialga dahin. Ein Dialga, weil ich habe hier noch ganz viele Dialga. Oh, so viele sind es gar nicht. Ich gebe einfach mal ein Mewtwo dahin. Mach mal so. Mal nach WP sortiert, dass wir die schlechtesten nehmen und weghauen. Das ist, glaube ich, ein 10-10-10er. Wir nehmen also eins, was nicht shiny ist. 23,75. Oh, 23,75 ist an sich aber trotzdem auch irgendwie ganz gut, oder? Ich nehme lieber eins mit Wetterboost. Das wird also viel komplizierter als gedacht. So, 29,37. Ja, das ist schlecht. Das kann weg. So, günstiger Tausch. Guckt euch das an. 800. Und jetzt erstmal, wer es noch gar nicht mitbekommen hat. Man kann Cosmog tauschen. Mittlerweile. Das werde ich jetzt hier auch gleich mal machen. Und das hat auch einen Grund, wieso ich das Video jetzt eben abends aufnehme und wieso ich abends den Tausch mache und wieso ich bis Nuller warten musste. Ich bin ja jemand, der immer die ganzen Lucky-Einträge haben möchte bei allen Pokémon. Und ich glaube, ich bin wieder auf dem aktuellen Stand, nachdem ich Schlinking letztens auch Lucky getradet habe, dass ich komplett alle Pokémon im Dex als Lucky eingetragen habe. Wenn ihr hier also guckt, immer den Hintergrund. Das ist mir wichtig, dass dieser Hintergrund Lucky ist. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, da fehlt einfach was. Da fehlt was. Und hier fehlt sogar ein ganz kompletter Pokédex-Eintrag. Ich möchte den aber immer Lucky machen. Jetzt habe ich eins vergessen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie gut das eigentlich ist. Das ist jetzt drei Sterne mit 14, 12, 14. Hier drüben habe ich ein Mewtwo jetzt bekommen mit 29, 58. Das können wir vielleicht auch mal ganz kurz bewerten. Das hat 13, 14, 15. Also das ist das Mewtwo geworden. 29, 58 mit 13, 14, 15. Das ist das Mewtwo. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, wie ich den Titel nehme. Wahrscheinlich so bekommt ihr Lunala-Unzeuger-Leo in Pokémon Go. Wo man sich jetzt denkt, ja mach halt die Forschung. Und dann kannst du eins davon haben. Aber so bekommt man ja beide. Und wie bekommt man beide? Es hieß ja, in der Vergangenheit man kann, man hat später nochmal die Möglichkeit, weitere Kosmog zu bekommen. Von der Yendix-Seite aus. Wir haben dann gedacht, die kommen nochmal vielleicht in Raids. Und dann, wenn man sich während der Spezialforschung entweder für Lunala oder Solga-Leo entscheiden musste, haben wir vielleicht das Glück, in Raids nochmal ein paar zu kriegen. Dann damit was zu machen. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt schon alles? Vielleicht ging es wirklich nur darum, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sie zu tauschen. Und das ist die Möglichkeit, wie ihr weitere Kosmog bekommen könnt, indem ihr euch einfach eins tauscht von jemandem. Aber wer nur eins hat, hat das ja wahrscheinlich in der Spezialforschung eh schon entwickelt. Ich habe meins damals zu Solga-Leo gemacht. Kann ich hier auch nochmal zeigen. Ich habe meins durchentwickelt für die Spezialforschung zu Solga-Leo. Habe letztens einen Trade gemacht mit Ned Ghost. Wir haben dann, als wir Glücksfreunde waren, Solga-Leo gegen Solga-Leo getauscht. Wir haben gehört, was kann man jetzt tauschen. Das war natürlich schlau. Damit das eben besser wird, ist es denn besser geworden? Es hat auf jeden Fall drei Sterne. Es hat jetzt 13, 12, 14. Und deswegen habe ich das Solga-Leo als Glückseintrag. Also musste ich mir jemanden suchen, der mir einen Lunala geben kann. Aber direkt im Lucky Trade. Aber das wäre ein neuer Pokédex-Eintrag, wäre wieder teurer gewesen. Und dann hätten mir auch Kosmog und Kosmophon gefehlt. Also habe ich jetzt den kleinen rübergetauscht. Muss es nur noch entwickeln, dass wir jetzt hier Kosmog haben. Im Lucky wollen den entwickeln, brauchen aber 25 Bonbons. Wir wandeln also ein bisschen was um. Wir haben jetzt hier schon wieder Sonderbom-Oms 1121 gesammelt. Ich gehe also mal hier drauf. 25. Jetzt kann ich das erstmal entwickeln. Jetzt habe ich nämlich dann gleich für Kosmogon auch den Lucky Hintergrund freigeschalten. Und ich merke, dass ich einfach auf Aufnahme gedrückt habe. Und mich gerade in das Video hier reingestürzt habe. Ohne Sinn und Verstand. Ohne Konzept. Ohne irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Oder was das eigentliche Thema von dem Video sein soll oder ist. Aber eigentlich geht es gerade nur darum, mir Lunala zu holen. Und den Lucky-Eintrag zu holen. Und alle anderen Lucky-Einträge von Cosmo, Cosmovum, Solgaleo, Lunala. Und dann schön mit dem Clickbait-Titel verfeinern und sagen, so bekommt ihr Lunala und Solgaleo. Denn die Leute, was gibt es da einen Trick? Und der Trick ist einfach, tauscht euch halt noch einen Kosmogon und entwickelt es dann halt nachts. Denn das ist ja das Besondere. Jetzt brauche ich aber trotzdem nochmal 100 Bonbons. Ähm, 100. Jetzt muss ich nochmal hier draufpacken, dass wir das machen können. Lalala, jetzt eingetauscht. Zack, wir können das nachts entwickeln. 1100, nee, 1710. Ich weiß nicht, warum. Theoretisch hätte ich das auch einfach für mich entwickeln können. Hätte keiner gesehen, hätte keiner interessiert. Ich hätte ein Short-Video machen können, hätte das hochgeladen. Wäre kein Aufwand. Ich mache jetzt hier ein ganzes Video, wo ich stundenlang rede und mich um den Kragen rede. Frage ist natürlich auch, wen habt ihr damals entwickelt? Lunala oder Solgaleo? Wen findet ihr cooler? Wie gut ist eures geworden? Man kann nicht mal die WP erkennen. Ich finde, das ist auf jeden Fall sehr speziell, dass das hier so heftig groß ist. Und jetzt, wenn man in den Pokédex natürlich schaut, sieht man auch, dass das alles komplett ausgefüllt ist. Also das ist schon besonders. Ich bin auch am überlegen. Alter, ist das ein Vieh. Guck dir das an. Ich bin am überlegen. Ich weiß ja nicht, wie gut die sind. Wie weit die kommen. Ob ich die vielleicht trotzdem einfach auf 40 ziehe. Solgaleo würde jetzt... Ah, nicht Bonbon sagt. Doch, ich muss Bonbons umwandeln. Ich kann sonst... Ja, tausch halt um. So. Jetzt kann ich nämlich drauf gucken und kann mal schauen. Der würde auf Level 50 4495 erhalten. Ist das schlau, wenn man sowas hochzieht ein Stück oder nicht? Weil, wenn ihr wirklich nochmal andere Kosmog erhaltet, vielleicht kriegt ihr dann mal ein 100er Kosmog und habt dann ein 100er Solgaleo. Also jetzt XL Bonbons auf jeden Fall nicht reinstecken. Das wäre richtig kacke. Wir brauchen aber 268. Dann können wir es wenigstens auf 40 ziehen. Ich mache das jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt hier durch in dem Video. Level 268. 268. So. Eintauschen. Jetzt können wir das hier wohl auf Level 40 ziehen. Genau. Kommt auf 3976. Ich weiß immer noch nicht, ob das schlau ist oder nicht. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Also wie gesagt, er kommt hier auf 4400 noch was. Wie sieht es aus mit Lunala? Ist es bei Lunala genauso? Müssen wir hier auch was umwandeln, damit wir überhaupt einen Bonbon haben, um zu schauen, wie weit das geht. Der kommt auf 4500. Der kommt also, glaube ich, höher als der andere. Auch 268 Bonbons. Wir wandeln einfach wieder um. Ist jetzt egal. Ziehen wir den auch noch ein Stück hoch. Genau. 268. 268. Das wären theoretisch alle Sonderbonbons gewesen, die ich in Zarude hätte stecken können. So. Eintauschen. Power ab. Rüberziehen. 268. Da ist er. Kommt auf 3991. Was man trotzdem einfach nicht sieht. Weil das halt einfach die WP verdeckt. Luftschnitt Psychokinese. Ist einer davon jetzt gut? Für irgendwas. Ich habe gehört, Solgaleo soll doch eigentlich gut für die Meisterliga sein. Damit sollte man was machen können. Lunala, Solgaleo. Habe ich jetzt beide entwickelt. Habe ich jetzt beide hier am Start. 3939. Sieht gut aus. Damit ist die Sammlung eigentlich sowieso jetzt erstmal voll. Wie sieht es mit Zarude aus? Da kann ich ganz kurz auch nochmal hinschauen. Weil das war eigentlich ein Projekt, was ich machen wollte. Alle Sonderbonbons, alle Sonder-XL-Bonbons, die ich hatte, wollte ich immer in Zarude stecken. Weil Zarude finde ich auch mega genial. Kommt ja auch auf 4100. Ich brauche 296 XL, hatte jetzt 104. Ich könnte noch 124 Bonbons umwandeln. Ich habe hier ja auch noch 41 XL Sonderbonbons. Hier hätte ich jetzt 1000 Stück umwandeln können. Nochmal in 10 XL Sonderbonbons. Das sind Dimensionen, in denen man sich bewegt. Und dann irgendwann mal hier einen 50er hochziehen. Aber bei Zarude ist ja auch wieder das Problem. Ziehst du das hoch auf 50. Und dann kommen sie vielleicht mit einer Spezialforschung, wo es nochmal Zarude gibt. Oder ein Shiny Zarude. Und dann hast du da plötzlich einen 100er draus. Ärgerst du dich schwarz, wenn du alle Bonbons da reingesteckt hast. Und das war es dann. Ich glaube, da sind die 200 noch was, die ich jetzt gerade ausgegeben habe, eigentlich ein Klacks. Die kommen ja schnell durchs Raiden wieder rein. Ansonsten, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier überhaupt für ein Video ist. Wann das rauskommt. Ob das sinnvoll ist. Deswegen zeige ich euch einfach nochmal meinen Mega Zoom Packs. Drückt da nochmal drauf. Mega. Dann würde ich sagen, was ist das von meiner Seite aus mit dem Video. So bekommt ihr schnell und einfach Solgaleo und Lunala beide zusammen. Tauscht es euch einfach rüber. Macht irgendwas. Und wer sich das jetzt wirklich hier angeguckt hat, ganz bis zum Schluss, schreibt einfach mal Mega Zoom Packs unter das Video und dann denken die Leute, ihr seid bekloppt. Also, peace out for out, euer Ramses. Shiny Hunter hat eingeladen für ein Viridium Raid. Da gucke ich jetzt mal nahe. Da muss ich jetzt gucken. Peace out for out, euer Ramses. So, ciao. Dürft ihr nicht sehen. Das ist privat. Das geht euch gar nichts an. Was hier wieder gemacht wird. NetGhost ist auch drin. Boah. Grüße an den NetGhost und Inge KD. Was sind das für Leute? Jenna, was machst du da? Peace. Ciao. Aus. Aus.